danke manchu für deinen sieben monate resub ich melde mich jetzt an da geht es rein ins 209 endlich mal wieder operation asche ich habe keine ahnung die wieviel das ist und wir hören den song mit dem song wird es heute klappen nein sempre 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 leute ich bin versucht hier es ging einfach rein rein zu schadern jetzt wird man hier mit ich kann nicht kommen ich kann es halt nicht kommen kann vier betten beide flippen und spiri jawohl Oh, das ist doch ein guter Flop hier, da werden die drei getroffen. Okay, das Race muss man auf jeden Fall callen. Er kann das halt machen mit 4-5, As-4, As-5, er kann es mit einem Boom machen. Gegen dem Boom haben wir Outs, Equity, jetzt haben wir sogar noch Backdoor Spades dazu, jetzt checkt er Behind. Okay, was ist die Bet Size, die ihn zum Kotzen bringt? Er raised wahrscheinlich vielleicht auch ab und nur eine 3. Eine Value-Better haben wir auf jeden Fall, die Frage ist halt nur wie groß. Das ist fies. Ich meine, ich erwarte hier nicht oft gut zu sein, muss ich ganz ehrlich gestehen, aber ich habe 2 Paar und ich habe es halt angeteasert, angetriggert. Leute, ich habe 2 Paar gefloppt. Ich habe 2 Paar gefloppt. Döpa. Ich hoffe auf einen Check-Race. Jetzt ist er so ein Bliss-Ball dabei. Genüsslich. Okay, Leute, hier wird geoverbettet. Merlin. Oh, er keult. Hm. Nicht der beste River zum reinstellen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, aber er kann schon ein paar Karo-Karten haben. Kann er 2 haben. Oh, die sind lecker. Ich hoffe, das wäre auch schon heute. Jetzt könnte unser erstes Bounty Book vorstellen. Wird ein bisschen eklig, wenn Merlin jetzt reingeht. Wir brauchen eine 10 und eine 10 und eine 10. Wir brauchen eine 10, habe ich gesagt. Schade. Die Zweier werden wir mal hinterher limpen und versuchen eine 2 zu flotten. Gegen den Freizeitspieler ist das eine akzeptable Anpassungsstrategie. Ja, mag ich doch. Kommt ein Set. Kommt Zeit, kommt Set. Kommt Sie, kommt Sa. Irgendeiner muss uns, ja, ich wollte gerade sagen, irgendeiner muss uns Action geben hier. Schade, er nicht. Oberbetten. Ich muss ja irgendwie die Kohle reinkriegen. Hast du Ernährungswissenschaften gehabt, oder was? Wie cool ist das denn? Da beneide ich dich voll drum. Aber gut. Tja, Leute. Ihr wisst, was das bedeutet. Wir haben einen Flashtraum mit Overcuts. Wir callen all in. Wir brauchen einen Pick. Chaos in den Chat, Leute. Unser erstes Bounty ist da. He is out. Komm. Ach so. Hammer ist der. Äh. Ich verstehe den Job. Jetzt habe ich ihn verstanden. The dead bad check behind. Nice. Der River war gut für uns. Das ist kein gutes Board für mich. Er hat alle 7er, 9er in der Range. Volles interessanter Turn. Ich werde trotzdem nochmal checken. Ich glaube, das ist einfach ein Check, Check. Und das ist jetzt ein spannender River. Ähm. Vielleicht callter King, Queen. Oder Sand. Müssen hier rein. Ich weiß es nicht. Ich glaube, aber Schoron und die 3 und die 3. Jawoll, Chaos in den Chat, Leute. Das ist schon mal gut, dass Small Band raus ist. Schade. Leute, let's go. Big Blind ist halt noch dabei. Big Blind ist ein bisschen scary. Deswegen flette ich hier nur. Komm, bring die 6. Und die 6. Mando. Oh, der Ace Queen suited geht rein. Ach komm, bring die Dame. Sphiri. Sphiri. Ach komm. Ist doch nicht, ey. Lieber. Wenn wir durchbarren auf die 9. Wir betten auf jeden Fall nochmal den Turn. Eine Dame wird nicht folgen, aber eine 4 oder eine 3 vielleicht. Tja. Und jetzt müssen wir halt. Jetzt sind wir quasi gezwungen. Ah, jetzt geht er halt rein. Ich hätte halt hier geblufft. So kriegst du auf jeden Fall keine maximalen Steine. Wir probieren es. Obwohl wahrscheinlich hier tatsächlich eine tightere Open Raising Range jetzt in der Bubble besser wäre bei den ganzen Covenant Stacks. Wollen wir es vielleicht lassen. Wir sind es ja durchgekommen hier. Wer das liest, ist doof. Ein guter Flop. Wer das liest, ist doof. Heißt, wir flötchen schon wieder. Immer am flötchen hier. Ich habe immer das Gefühl, er versucht uns reinzusacken und hat vielleicht selber einen Flush. Aber dann ist es halt so ein Flush-over-Flush. 6-4 off, not good. 6-4 off, not good, my friend. Goal. Was macht dem Gegner die schwierigste Entscheidung? Und das war's. Hier haben wir auf jeden Fall eine Bett. 3-C-Betten. Spiel mal gegen den ersten in Chips. Das wird nämlich ein bisschen scary hier. Ah, wir kriegen auf jeden Fall Value auf dem Flop, ne? Okay, Check-Turn. Da ist ein Check-Turn. Nee, nicht Geo-Guessler. Ihr versteht nicht. Es geht um so simple Fragen, die man stellen kann, wenn jemand seine Kanalpunkte einlösen möchte. So nebenbei, während des Pokerns und des Streams, will ich irgendwas an Mehrwert schaffen. Quasi irgendeine Quiz-Frage. Versteht ihr? Ich check nochmal. Ich glaube, ich will hier einfach gegen ihn nicht betten. Ich glaube, es sollte hier Check-Check gehen einfach. Das ist einer meiner Lieblingssongs, ne? Like a Prayer. Uh, sexy sexy. Wir checkholen Flop. Wir haben das Ace and Spades. Das ist ein Board, was er natürlich wesentlich besser bedienen kann mit seiner Range. Er hat alle. King-Queens, Ace-Kings, King-Tens, Ace-Jacks und so weiter. Jetzt halt die Frage, wie würden wir unsere schwächste Value-Hand wetten? Unsere schwächste Value-Hand und die Bluffs. Ich glaube so, weil das ist das Maximale, was auch ein Bude zahlen würde, glaube ich. Und vielleicht Racer. Wenn er 9-10 hat, Racer. Wenn er 2-Pair hat, Racer vielleicht. Ich werde sogar noch kleiner. Ich brauche die 10%. Ich muss den 10%-Knopf einbauen. Boah, sexy. Sexy, Leute. Sexy. Jetzt müssen wir so tun, als ob wir auf die Idee kommen, dass wir mit... Na ja, ich meine, wir werden wahrscheinlich die Same-Hand haben, aber vielleicht hat er Ass-10. Ha-ha. Ha-ha. Erwischt. Chip-Lead ist da. Und Ace-King hinterher. Chip-Lead ist da, meine Friends. And we are all in. 62er Bounty. Auch gegen Asse, komm. Einmal Fuck-Out. 10. Und König. Das wäre so sexy gewesen. Genau. Ich will, dass der Gegner kotzt, war die beste Punchline. Wir bedienen Herz. Ich glaube, wir wollen nicht weiter feuern, weil wir das Herz Ass haben. Obwohl auf dem Turn halt auch viele Hände wie 8, 9 sowas callen. Ich glaube, River kriegen wir auf jeden Fall einen Call. Wir kriegen auf jeden Fall einen Call von sowas wie nach 8 jetzt hier. Oder falls er einen Bug haben sollte. Weiß nicht, was seine Limping Range hier ist. Effektiv, aber das interessiert mich auch nicht. Erase halt einfach weiter. Boah. Flop ist gut. Tag Cologne. 14 Monate Resub. Geil. Okay. Ich mache es. Ich bin dabei. Was donkt er denn jetzt hier rein? Ich glaube, so ein Bube 10 callt, 9 10 callt. Da callen so viele Hände auf den Turn nochmal, wenn ich hier bete. Als wird es halt spicy, wenn er Jack Racer spielt. Gut. Gibt es wieder Termine für Einzelcoaching? Ja. Wird es bald wieder geben. Der Freizeitspieler machen mir ein bisschen Sorgen hier. Aber ja. Was sollen wir machen? Wir müssen raisen. Der limpt so viel. Hier gehen sie jetzt alle rein. Jetzt haben wir nächstes Mal Top Bear gefloppt. Okay, Leute. Also hier gehe ich auch direkt rein und hoffe, dass ich einen Call kriege von einer schlechteren Dame. Und ich erlaube ihm einfach seine Equity jetzt hier nicht zu realisieren, wenn er einen Flaschstraw hat. Und wenn er Dame Bube hat, dann callt er vielleicht. Ich glaube, er foldet eh keine Dame. Callen Sie bitte hier mit Dame Bube. Schade, aber wir haben viele Chips gewonnen. Das ist auch gut. Wir werden auf jeden Fall hier wieder ISO racen. Der limpt ja nahezu Any Two. Und dann donkt er wieder Pott. Ich werde betten. Ich muss betten. Ich muss betten. Er muss ja auch mal folden. Der Zero. Jedes Mal, ne? Jedes einzelne Mal. Kann er nicht immer treffen. Ich glaube, König 9 Offsuit werde ich gegen seinen Race auch tatsächlich folden Preflop. Jetzt muss ich es callen. Und jetzt muss ich auch broke gehen. Ich hoffe, dass er rein stellt mit einer 8 oder mit einer schlechteren. Oh nice, Leute. Leute, Leute, Leute. Komm. Lasst bitte den Mestro jetzt einfach mal Overcuts haben. Ich stelle nämlich jetzt rein. Und ich hoffe, dass wir gut sind. Oh, ja. Das ist gut. Come on. Come on. Firi. Ja, Mann. Chaos in den Chat. 156 Abound. Wir haben den Big Boss. Bam. Geil. Geil, geil, geil. Es ist Firi in den Chat. Finde ich spicy. Ich will hier keinen Pod eskalieren gegen einen Stack, der fast genauso groß ist wie meiner. Und ich glaube, es gibt keinen Grund hier zu Value betten. Hier soll eine Straße rein. Nicht mehr als eine Straße. Ich will auch nirgendwo raisen hier. Das ist so eklig, ne? Nice. Nice. Oh, hier drüben. All-In. Aces gegen As-4 suited. Wir sind wieder Chip-Lieder übrigens. Hier, All-In. Dreier gegen 10-9. Wenn Bube, König oder... Ja, Bube kommt. Final Table ist da, Leute. Das war's. Final Table. Let's go. We are at the final table. Und Dame 10-All-In gegen Bube 9. Final Table. Wir sind... ...nur Zweiter in Chips. Aber... ...wir holen uns jetzt die Trophäe. Für das 209. Mach schon mal die Trophäe, klar, Schufa. Ich glaube, ich muss Ace Queen hier folgen, ganz ehrlich. Ich meine, ich bin Vierter. Ich bin Vierter in Chips. Sieht da schon sehr stark aus. Ich werde Ace Queen hier holen. Ich stelle lieber selber gegen den Open Race rein von den Chip-Leadern, als umgekehrt. Das ist auch nicht so schön. Ich glaube, das wird auch nur ein Flat. Oh, jetzt wird's spannend. Boah, finde ich so schön. Ich glaube, ich call nur. Okay. Wir floppen in Ace. Ich sehe uns jetzt hier nicht mehr folgen. Ich sehe uns jetzt hier einfach nicht mehr folgen, Leute. Nice. Nice. Boobies. Geil. Ja, geil. So, es wird nicht gefolded, Leute. 112 war Bounty Open, Leute. Come on. Let's do it. Und die drei. Und die drei. Yes. Chaos in den Chat, Leute. 112 war Bounty. Das war ein wichtiger Pott. Es war auch schön, gegen ein kleineres Paar zu spielen in der Situation. Nicht ganz so krass zu schwitzen. Zweiter in Chips, Leute. Schupfer macht die Trophäe klar. Schupfer. Bestellt schon mal. Ich kann's draufschreiben. Ich besiege Coyote im Head-up. Hot 109 Operation Asche erfolgreich erledigt. Jetzt wird's nochmal spicy. Ich hoffe nicht, dass einer von denen jammed hier auf die Idee kommt. Oder dann muss ich wahrscheinlich... Oh, Mestro. Nee, mach's nicht. Nee, komm. Mach's nicht. Mach's nicht. Ach, scheiße, ey. Der fuckt mich ab mit seinen Sizings. Der fuckt mich einfach so ab. Aber er kann ja auch nicht crazy sein hier mit Coyote hinter ihm. Das kann ich nicht Coylen. Kann ich halt nicht Coylen. Geht halt nicht. Ist halt scheiße. Dieser Mestro. Everything. Bin ich jetzt echt letzter in Chips? Gott sei Dank, ich will eigentlich jetzt gar keine 10 sehen hier. In seinem Foto. Es wäre geil, wenn er jetzt Mestro rausnimmt. Und er mir auf den Zeiger geht. Nimm ihn raus, Coyote. Schade. Obwohl wir im Big-Blind jetzt auch nicht so... Wird halt nicht leichter, ne? Da können wir defenden. Oh, das ist gut. Das ist gut. Top-Hair-Floppen ist jetzt gut. Das ist genau das, was wir brauchten. Ich denke, wir jammen, Leute. Aber was sonst noch? Oh, come on! Bring 10! Und... Pick 3! Ein Mal... Alter! Wie er dann einfach 4-handed Kings findet, ne? Fuckt mich ab, sowas. Das fuckt mich einfach ab. Er hat einfach Kings, ne? Chip-Leader Open Racer halt einfach so 100% oder einer 80-90%-Wedger hat dann halt einfach Kings. Logisch, was sonst? Wir blocken auch noch einen King. Ja, ne klar, der Kings. Was soll er sonst haben? Natürlich. Natürlich. Ich höre nicht. Gigi! 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 Das ist so... Gott! ... Das ist noch gar nicht. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020